Sommer, guten Morgen! Ich habe jetzt den Dimitris Sommer am Telefon. Ja, ist richtig. Ja, erstmal liebe Grüße nach Berlin. Und ich wollte mal Danke sagen, denn Sie hatten ja neulich an einem Gewinnspiel teilgenommen und hatten dann Ihr Interesse an unserem Vorteilsweinpaket mit 20 Euro Rabatt und zwar exklusiven Weingläsern begründet. Wein ist immer gut. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für Sie. Als Dankeschön für die Teilnahme an der Befragung hat unser Kellermeister ein kleines Gute-Laune-Genießer-Paket zusammengestellt. Da sind unsere neun besten Weine drin. Was ist mit Bademeister? Ich dachte, Sie sind mit Wein. Nee, Kellermeister. Was ist Kellermeister? Das ist der, der den Wein kreiert. Ah, ich verstehe. Das ist der Weinexperte, der die Weine macht. Sind Sie das? Bitte? Sind Sie das? Also wir sind ein Weingut in Nackenheim am Rhein. Das ist in Rheinhessen. In Nackenheim, okay. Ja, ich weiß nicht. Kennen Sie meins am Rhein? Nein. Also da sind wir in der Nähe sind wir. Ach so, ja, ist ja egal. Ja, und unser Probierpaket, da sind also neun unserer besten Weine drin, ja. Ja. Das gibt es für Sie zum Probierpreis, also mit 20 Euro Rabatt, also 20 Euro billiger, ja. Für wie viele Flaschen? Da sind neun Flaschen drin. Für 20 Euro, geil. Nee, 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 Sie haben mich falsch verstanden. Das ist, das Paket kostet normalerweise 120 Euro, ja. Und Sie kriegen es aber 20 Euro billiger, also für 99,80 Euro, ja. Ah, ist das Gorbatschow oder Putinov? Bitte? Ist das Gorbatschow oder Putinov? Ja, was für Wein trinken Sie denn? Trinken Sie lieber einen trockenen oder lieblichen? Wodka. Sie trinken Wodka, also Sie trinken kein Wein? Doch, aber ich hätte jetzt lieber noch ein Wodka. Aha. Müsste ich, also müsste ich mal gucken, was, was, ob wir da was im Sortiment haben? Ja. Weil das reicht nicht mehr lange. Reicht nicht mehr lange. Aha. Ich guck grad mal, ob wir was da haben. Ja. Aha. Moment. Sonst ist Whisky auch in Ordnung. Bitte? Sonst Whisky auch in Ordnung. Aha. Äh, Moment. Da war ich. Einen Moment. Einen Moment. Nee, also das haben wir, haben wir nicht. Wie bitte? Hallo? Ja. Nee, also Wodka haben wir nicht. Kein Wodka. Wann haben Sie starke Wein? Äh, ich weiß nicht, trinken Sie Sherry? Äh, ist so süß, oder? Bitte? Ist das sowas Süßes? Ja, äh, äh, also Sie trinken lieber was Trockenes? Da. Aha. Wie viel kostet? Also der Sherry... Das russische Bazar. Aha. Also der Sherry, der kostet die Flasche 16,50 Euro. Wie viel ist drin bei einer Flasche? Ähm, wann sie mal kurz. Ah, blöd. Echt, wie viel beim Sherry drin ist? Wie groß die Sherry Flasche ist? 0,26? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich guck grad, es steht hier gar nicht dabei. Ach so. Ach so. Okay, ich gib mir die Flasche, Zucker. Also wie gesagt, eine Flasche kostet 16,50 Euro. Also ich glaube, so für eine Stunde reicht noch, aber dann wird knapp. Aha. Ja. Also müssen wir langsam einen Weg finden. Aha. Ja. Ja, gut, so schnell können wir sowieso nicht liefern. Das dauert sieben bis... Hallo? Madame? Hallo? Blöd, kannst du nicht auflegen.